Etliche Menschen kondolieren zum Tod des Ausnahmesportreporters. Bundeskanzler Sebastian Kurz twittert beispielsweise, Österreich verliert einen der profiliertesten und leidenschaftlichsten Sportmoderatoren, der viele Sportfans über Jahrzehnte hinweg begleitet hat. Ich bin tief betroffen über das Ableben von Edi Finger Junior. Politblogger Gerald Gross schreibt, Charmant und humorvoll, so werde ich ihn in Erinnerung behalten. Die EU24-Familie trauert um Edi Finger Junior. Ruhe in Frieden. Nikolaus Kern kondoliert ebenfalls, er schreibt, Shit, eine österreichische Legende geht von uns. Rest in Peace. So ein guter, stets froher Typ. War immer ein Vergnügen, ihn zu sehen. So traurig zu erfahren. Mach's gut. Dieter Schmähler ist ebenso tief betroffen. Er twittert, vor ziemlich genau 40 Jahren bei einer Pressekonferenz beim Heurigen, als kleiner Arbeiterzeitung Jung Reporter am Tisch des großen Radiostars Edi Finger Junior. Rest in Peace. Radio Austria Programmchef Alex Nausner schreibt, Edi, du wirst uns fehlen. Auch Gerda Rogers ist tief betroffen. Sie postet, Ach Edi, was haben wir damals bei Dancing Stars gelacht. Mach's gut, Edi Finger Junior. UI24 TV Moderatorin Janine Köck schreibt, Guten Morgen Prinzessin, wie geht's dir? Ich hab schon alles für dich, so wie du mich halt kennst. Was würdest du nur ohne mich machen? So hast du mich jeden Tag begrüßt mit deinem neckischen Lächeln im Gesicht. Immer gut drauf, egal wie lang du geschlafen hast. Du hattest immer ein liebes Wort für mich und hast mich mit deinen Moderationen zum Lachen gebracht. Music Vielen Dank.